Er fliegt Pletsche, Pletsche, Feder, Wasser mag doch jeder Geh schon mal nach Haus, er kommt ein Tröpfchen später Pletsche, Pletsche, Feder, Wasser mag doch jeder Geh schon mal nach Haus Pletsche, Pletsche, Feder, Wasser mag doch jeder Geh schon mal nach Haus Bleib nicht zurück Alfred, du musst bei uns bleiben Die Regenwolken werden uns gleich einholen Bist du sicher, dass wir heute Abend dort sind? Ich hoffe ja Hoffentlich gibt es das Haus auf dem Foto noch Keine Angst, es steht noch, das weiß ich genau Alfred Drödel nicht so Müde? Ja, ein bisschen schon, aber ein echter Quack lässt die Flügel nicht hängen Warum ruhen wir nicht einen Moment aus? Gut, zeig mir das Foto noch einmal Hm, scheint wirklich, scheint wirklich ein ruhiges Flächchen zu sein Und ob? Was für ein schrecklicher Krach Unsere Heimat gibt es nicht mehr Geldgeier sind, das vertreiben uns wegen einem Vergnügungspark Das werde ich denen mein Leben lang nicht verzeihen Es hat doch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen Lass uns lieber weitergehen Es beginnt gleich zu regnen Hey, das ist doch Alfred Hey Henk, das Foto Hey, Alfred, warte, komm sofort zurück Oh, mein gelobtes Land So, wollen wir weiter watscheln, Küken? Ja! Ja, die machen alles nur wegen des Geldes Was? Ach nichts, ich habe nur laut gedacht Haha, was für eine gigantische Leistung Wir haben es gleich am ersten Tag schön hingekriegt Fantastisch Also los Zeit ist Geld Jetzt haben wir uns eine gute Musik verdient Die dunklen Regenwolken kommen sehr schnell näher Gleich kommt eine Straße Ach ja? Pass bloß auf, es wird schon dunkel Ist es noch weit bis zum Bergwerk, Henk? Die Kleinen müssen schlafen gehen Wir sind bald da, Johann Kopf hoch mit aller Kraft zum Endspurt Mann, wie das gießt! 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 Ich suche eine passende Musik Nein, etwas Erhabeneres Nein! Alfred, du musst schön bei uns bleiben, sonst verirrst du dich Oh! Wo ist Papa? Wo ist Mama? Wo ist Papa? Alfred! Oh! Komm schnell, das Essen ist fertig Ich habe keinen Hunger Es sind alles Lieblingshäppchen Ich weiß, wie du dich fühlst, Alfred Aber du musst wirklich etwas essen, sonst wirst du krank und musst im Bett bleiben Und das freut niemanden, auch dein Vater und deine Mutter nicht Komm jetzt mit, wir gehen essen Hör zu, Alfred Ich mache aus dir eine große Ente und das tue ich für deine lieben Eltern Ja, eigentlich bin ich jetzt dein Papa und deine Mama Henk! Aber eins kann ich dir nicht beibringen, Alfred Das Schwimmen Ich habe ein bisschen Angst vor Wasser Ich habe es nicht nur für mich Und das ist jetzt in der Nacht Alfred, Alfred! Noch ein bisschen. Es ist tatsächlich noch ein wenig früh. Okay, schlaf ruhig weiter. Einen Augenblick, ich komme. Wer ist da? Ich, Stibitzi. Oh, Stibitzi? Was ist los? Oh, mein Kopf. Hallo Olli. Komm rein, ich bin gleich fertig. Was nimmst du mit Olli? Du meinst für Alfreds Geburtstag? Ja, was denn sonst? Das ist geheim. Aber mir kannst du es doch sagen. Warum? Heute ist Alfreds Geburtstag und nicht deiner. Das bekommt er von mir. Oh, ein silbernes Löffelchen. Wie schön. Es ist schöner als schön. Du glitzerst tausendmal mehr als die Sonne. Oh, danke Stibitzi. Du siehst auch schön aus. Hä? Was? Oh, ich habe nicht dich gemeint Olli. Ich redete mit dem Löffel. Was? Henk. Papa? Henk? Hank? Hallo, Freunde! Schön, dass ihr da seid. Ja! Ja! Alfred, deine Gäste sind da, sie sind alle gekommen. Alfred hat Geburtstag, das gibt ein Geschrei. Alfred ist nun eins und nicht mehr ein Ei. Limonade kriegt die Schlingel und den Krötzecreme. Sieben Schokoladenkringel und ein bisschen Lehm. Ich bin in wir Maul! Hurra! Jajajaja! Yaa-yi! Hey! Findest du nicht, dass ich glitzere wie ein Stern? Wie tausend Sterne! Wenn du mich haben willst, darfst du mich nehmen. Los, nimm mich! Ich bin dein! Was machst du denn? Stippel zieh! Du tust mir weh! Au! 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 Das ist mein Schlüssel! Stibitzi! Was ist passiert? Du wolltest Spatz den Schlüssel wegnehmen, weißt du das nicht mehr? Ah ja, ich erinnere mich. Aber der Schlüssel hat gesagt, ich dürfte ihn nehmen. Unmöglich! Ehrenwort, der Schlüssel hat es gesagt! Glaub mir, es stimmt wirklich. Nun Stibitzi, vielleicht kommt es daher, weil du eine geborene Elster bist. Weil ich eine Elster bin? Ja, Elstern interessieren sich für alles, was glitzert und glänzt. Das ist ganz natürlich. Bist du dir da sicher, Henk? Ganz sicher. Oh, da ist der Bus. Mein Geschenk ist angekommen. Oh! Noch mehr Geschenke! Wir kommen schon! Ist der Bus ein Geschenk? Kommt alle mit! Zur Feier des Tages machen wir einen Ausflug! Wir fahren zum Schloss des Königs! Ja! Henk, wie sieht der König aus? Man sagt, dass er sehr nett ist! Wir werden ihn doch wohl sehen! Das glaube ich nur nicht, Kinder! Warum nicht? Mittwochs kommen immer sehr viele Touristen zum Schloss und ich habe gehört, dass der König dann auf die Jagd geht. Wo geht er denn auf die Jagd? In den großen Wald der königlichen Familie. Man sagt, dass der König immer ein Schwarze trifft. Das war ein herrlicher Schuss. Leider habe ich das Wild verfehlt. Warum schießen Sie nicht, Baron? Ich pflege nicht, ob Verkehrsschilder zu schießen. Verkehrsschilder? Ich dachte, das wäre ein graziler Hirsch. Meine Fantasie ist nicht so lebendig wie Ihre Majestät. Oh, armer Baron Dachs. Was wird das wohl sein, Majestät? Es ist ein Hirschbock, lieber Baron. Er rührt wahrscheinlich nach einem Weibchen. Nein, Majestät, das ist nur ein Bus, der Touristen zum Schloss fährt. Es ist ein prünftiger Hirsch. Er nähert sich. Attacke! Schneller! 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 Majestät! Majestät! Welch ein Jammer! Ich habe meinen Prachthirsch verfehlt! Ich habe meinen Prachthirsch verfehlt. Die Ritterstadt. Folgen Sie mir! Nun kommen wir zu dem Denkmal Richards des Ersten, des tapfersten Ritters des Mittelalters, wie Sie zweifellos alle wissen. Folgen Sie mir! Und jetzt führe ich Sie in den Küchensaal des Königs. Folgen Sie mir! Alfred, bummele nicht wieder! Alfred, bummele nicht wieder! Ich habe meine Prachthirsch verkehrt. Ich habe eine Prachthirsch. Ich habe eine Prachthirsch. Ich habe mich überrascht. Ich habe ihn mit dem Böden. Ich habe ihn mit den Blumen. Ich habe ihn mit dem Blumen. Musik Folgen Sie mir! Oh, nur eine Attrappe! Diese Treppe führt in den Keller. Vorsicht, stolpern Sie nicht. Das hier ist der Kerker. So etwas haben Sie vielleicht noch nie gesehen. Aber Sie wissen schon, was es ist. Eine Guillotine, die auch noch funktioniert. Und jetzt nähern wir uns der Schatzkammer. Nun, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass hier alle Macht und Reichtum Richards des Dritten versammelt ist. Sie können jetzt einen kurzen Blick hineinwerfen. Sesam, öffne dich! Was sagen Sie dazu? Lassen Sie sich blenden! Man könnte es die größte Juwelensammlung des Jahrhunderts nennen. Die meisten dieser Juwelen stammen aus der Zeit der Kreuzfahrer. Anfang des 14. Jahrhunderts also. Aber das Wertvollste von allem ist das Kronjuwel dort. Das ist der teuerste Edelstein dieses Planeten. Diese ständig wachsamen Augen der schwer bewaffneten Leibwache des Königs bewachen ihn Tag und Nacht. Ich bitte Sie, den Rubin nicht zu berühren. Wer es trotzdem tut, wird vom König persönlich schwer bestraft. Bitte folgen Sie mir. So ist es gut. Bitte weitergehen. Unten an unserem anderen Stand können Sie eine Verschütung mit verschiedenen Schädigen. Und das ist die Badewanne, die der König nur benutzt, um ein Limonadenbad zu nehmen. Ha? Das Baden in Limonade ist ein alter Brauch der königlichen Familie, der auf Hansu bei den Zweiten zurückgeht. Ich stebe sie! Ich stebe sie! Der nicht ständig Rückenschmerzen hatte. Folgen Sie mir! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das Kronjuwel ist weg! Das Kronjuwel ist weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Der Kronjuwel ist weg! Der Kronjuwel ist weg! Hör! Der Kronjuwel ist weg! Oh Gott, oh Gott! Der Kronjuwel ist weg! Der Kronjuwel ist weg! Der Kronjuwel ist gestohlen! Hör! Schließ das Tor! Der Rubin wurde gestohlen! Oh, welche Katastrophe! Eine Krisensituation, mein Herr, zieht die Brücke hoch und lasst bloß niemanden aus dem Schloss herauf! Atmen, Männer! Atmen! Schneller, Männer! Heru, was ist los? Schlipp-Winzi! 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 Er gehört mir! Oh! Oh! Oh, Alfred! Hey, 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 hey! Komm schnell her! Ja, ich hab den Rubin und den Dieb auch. Was ist passiert? Du bist doch Alfred Judokus Quack, nicht wahr? Dranbleiben. Gleich kommt eine weitere brandneue Folge. Alfred Judokus Quack. Gut, dann passt. Hey du, warte mal.